Ja, hallo zusammen bei Besargane. Ich bin Semmy und spiele heute Orienter Blind Forest weiter und dann muss ich wohl die Schwarzwurzelgänge erledigen gehen, bevor ich dann wieder zum Horuberg gehe, um die Endsequenz auszulösen. Ich bin hier mal ein bisschen nach hinten gegangen, weil ich halt gedacht habe, was gibt es denn hier noch? Ich sollte nicht da hin, ich sollte komplett in die andere Richtung, also bin ich dann nach hinten gegangen. Ähm, und da war aber ziemlich was los und da bin ich gestorben. Da habe ich gesagt, nee, da gehe ich besser nicht hin. Äh, kann ich hier irgendwie ein bisschen Licht machen? Nein, okay. Ja, schwarz. Schwarzwurzelgänge. Aua. Ist halt irgendwie schwarz hier. Au. Jawohl. Da gehen wir nicht da lang, da gehen wir woanders lang. Hier. Oh. Wo bringt das? Der ist offen. Oh. Ohlala. Soll ich hier mal hoch? Nein. Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Das liegt nicht an der Aufnahme. Ich sehe auch nichts. Äh, ja. Gut. Au. Au. Hoppala. Okay. Ja gut. Äh. Ja gut. Au. Au, da ist ja gar nichts. Wieso hat das Au gemacht? Hallo? Oh, da ist was. Da ist was. Das ist meine Plattform. Ein Licht. Gibt es irgendwo ein Licht? Oh, was ist denn das da? Ich komme hier gezogen. Oh, shit. Aua. Boom. Nein, nein. Nein. Oh, okay. Jetzt geht es an. Keine Ahnung. Wo bin ich? Ach du Schande. Jetzt überall diese Wände. Was ist mit dem? Oh, da unten gibt es eine Fähigkeit. Oder sowas. Hier, was ist das? Dieses Licht vom Geisterbaum. Es war ein Geschenk von uns. Es wurde Naro überreicht, die an unserer Seite stand. Okay. Oh, okay. Und da... Oh. Lel. Oh, Lel. Okay. Nein, nicht okay. Geh weg. Okay. Okay. Äh. That's it? Oder was? Oder? Was zur Hölle? Für was bin ich jetzt dieser Plattform geritten? Ach so, weil ich anders mit dem Licht nicht nach vorne komme, oder? Oh, nee. Kann ich ja kurz abspeichern. Okay, gut. Weil, jetzt muss ich mal kurz was ausprobieren. Oh, oh. Ja, hier ist das stachelig. Ha. Dankeschön. Oh. Lel. Okay, die gehen. Ha. Okay, gut. Wieso nicht? Moment, wenn ich jetzt die hinsetze. Dann kann ich die benutzen, ja. War das hier hinten nur um die Kuh... Ah, hallo. Ach so, das ist wieder so eine Kugel, die mitfliegt. Ach, das ist ja geil. Okay. Das ist ja mega praktisch. Nein. Äh, doch. Hier. Hä? Hallo. Hm. Oh, hier ist wieder so ein... Oh, scheiße. Ja, das war dumm. Das war... Oh, ich lebe noch. Ich lebe... Ja, ja, lass die Kugel... Lass die Kugel, du musst da hoch, Ori. So. Jetzt kannst du die Kugel wieder nehmen. Oder so. Jetzt liegt die da unten. Jetzt kommt sie. Okay, gut. Ähm. Okay, ja. Okay, also das... Okay, die Kugel macht... Oh, scheiße. Ja, jetzt das ist... Nein, das ist nicht gut. Okay, Moment. Wutschi! Nein, das geht nicht. Okay. Wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Uh! Nimm sie, Ori. Nimm die Kugel. Okay, gut. Das hat funktioniert. Äh. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Oh, scheiße. Bin ich blöd? Wo ist die Kugel? Kugel, Kugel. Kugel, Kugel. Irgendwas habe ich da jetzt nicht kapiert. Und hierdurch kann ich auch nicht mehr. Okay, Moment. Ich mache Selbstmord. Ah, da ist die... Kugel. Äh, ja. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Gut, Dinge. Das kann ich auf jeden Fall... Oh, re. Das Kind des Waldes war zu dumm für seine Aufgabe. Ende. Okay. Aber das heisst jetzt nicht, dass ich mit dieser Kugel durch den ganzen Wald gehen muss, um an diesen Stellen diese Fackeln anzuzünden, oder? Oder schon? Okay, jetzt kommen wir hier weiter. Oh, 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 oh. Abspeichern wäre etwas. Au. Ja. Nein. Nein. Ja, komm. Wow. Junge, ein Mastersprung. Irgendwie komme ich da nicht hoch. Jetzt. Nein, 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 nein. Wow, wow. Wow. Okay, das war nichts. Boom. Oh. Oh. Interessant, okay. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt lieber Router, weil... Da unten ist noch ein bisschen Nebel. Und da ist auch was. Das sehe ich jetzt ziemlich deutlich. Ich kann ja mal kurz abspeichern, die Kugel absetzen. Und dann einfach mal... Einfach mal... Oh, oh. Einfach mal schauen gehen. Da muss ich mit der Kugel hin. Okay. Und dann muss ich nachher wieder... Oh, nein. Nicht dein Ernst, Digi. Okay. Let's go. Ins, 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 ins. Okay. Machen wir das kurz, komm. Oh, yo, 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 yo. Das... Nein, das war nichts. Piep, 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 piep. Okay, hier war eine Plattform, oder? Blablabla, blablabla, blablabla. Ja, genau. Das war super, ja. So, wo ist hier eine Plattform? Hier. Dankeschön. Nein, ich will... Juuu. Au. 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 Oh, ja, nein! Das ist doch... Okay. Hier ist eine Plattform. So. Komme ich hier auf den. So. Und jetzt... Einfach hier gerade nach unten. Ja. So. Eine Fähigkeitenzelle gefunden. So, was machen wir mit der? Entweder verringerten Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Oder... Ja, jetzt das Gefährliche ist halt, jetzt wo ich fertig bin, will ich vielleicht doch die Fähigkeitenmarkierungen sehen. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Stichklamm-Explosion will ich eigentlich auch nicht, aber ich möchte das Nächste. So. So, spendiert. So. Ähm. So. Das erinnert mich an Heu. Plattformen, die so ein bisschen... Fast schon random irgendwo hinfliegen. Das hat Heu auf die Spitze getrieben. Oh! Okay. Nicht gedacht, dass ich da rüberkomme. Subi. 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 So. Jawohl. Hier ist eine Tür. Ist es eine solche Tür, die man mit einem solchen Fackel aufmachen muss? Ja. Da oben ist sie. Hier. Ja, so geht das. Ich befürchte, ich muss mit diesem Licht durch den ganzen Wald durch, weil es überall so ein paar... Überall so ein paar Fackeln hat. Türen, die nur aufgehen, wenn ich die anzünde. So, jetzt habe ich hier alles aufgedeckt. Da geht es noch ein bisschen nach oben. Warte mal. Hier. Ah, war ich da schon? Das kann sein. Das kann sein. Äh, ja. Okay. Nimm mal wieder. Das kann man. Äh, nein. Hier. Oh, da kommt was. Da kommt was. Da war was. Nein, komm, was ist? Hallo? Hallo? Du? Nein. Komm. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, da passiert was. Äh, oh mein Gott. Oh, da kommt was. Das ist irgendwie alles deaktiviert. Ich muss irgendwie... Yo. Oh. Yo. Jetzt ist sogar... Ich mische dich am Arsch. Jetzt ist sogar die Tür wieder zu. Ha. Was ist das hier? Äh. Ah. Oh, hi. Ach so, die sind wirklich nur gerade in diesem Bereich? Oh, lol. Oh! What? Oh, da willst du mich verarschen? Wenn ich den ablege, kann ich da nicht drauf, oder? Ah doch, aber es ist nur... Es ist halt nur da, oder? Wenn es jetzt weiter hoch geht... ...dann geht die Plattform weg. Ja, dann ist nichts da. Ja, okay. Ich könnte sie halt... Ich könnte sie halt... Ja gut, ich könnte sie halt hier hinstellen, aber... Was bringt mir das? Ja, ne, ich muss, weil hier... ...reicht's nicht mehr. Ach so, da muss ich ja... Das ist sogar... Die Wand ist ja andersrum. Okay, ich mach die Kugel hier hin. Jetzt geh ich da hoch. Und drück den Hebel. Und da muss die Kugel hin, und dann ist hell. Oder? Oder? Das hat jetzt aufgehört. Das freut mich natürlich. Ja, okay, egal. Ja, passt doch schon. Komm, mach die da hin. Ja. 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 Ohri, sieh nur. Obwohl unser Licht in diesem Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben, die diesen Ort umgab. Jo. Und die Kugel brauche ich jetzt nicht mehr. Kann ich auch gar nicht mehr nehmen. Jo, cool. Cool. Da sind jetzt die Schwarzwurzelgänge nicht mehr ganz so schwarz. Ich möchte noch ganz kurz nochmal hier nach oben. Hopp, wow. Uri? Eki wollte zu Naru, doch als er ankam, war sie fort. Er war schnell wie der Wind und sprintete mit Eile. Doch umgeben von Dunkelheit verlief er sich. Der Vater von Naru? Ja. Sein, ich bin hier unten. Dankeschön. Dafür. Katzin hat mich Bewegungsinfeld gemacht. So. Zweit letzte Fähigkeit, oder? Ne, in Eile. Ne, ich kriege jetzt das Sprintdingens. Du hast einen Sprint gelernt. Ja, ja. Drücke RB. Genau, den hatten wir noch nicht. Um ihn zu nutzen und in deine Blickrichtung zu sprinten. Okay. Wow. Ach so, einfach so einen kurzen. Und die Fähigkeit, dass ich das in der Luft machen kann, habe ich auch. Oh, oh. Hoppa. Okay. Ja, cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Okay. Dann ist... Ups, falscher Knopf. Dann habe ich... Nein, falscher Knopf. Eine Fähigkeit, die mir noch fehlt. Da drüben, da irgendwas, das Werfdingens hier. Was auch immer das ist. Man weiss es nicht. Und dann kann ich jetzt eigentlich die Schwarzwurzelgänge. Eigentlich ziemlich frei erkunden, weil jetzt sehe ich was. Und ihr seht auch was. Dann passt das doch fürs nächste Mal. Bis dahin. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.